Nach so einer langen Zeit zocken wir mal heute mal wieder auf Waruxcraft. Das war eine lange, lange Zeit. Und erstmal ein Heyo meine Freunde und ein herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's, euer TümlaTV. Und zwar, wir zocken heute mal wieder auf Waruxcraft. Nach so einer langen Zeit. Liebe Leute. Ich hatte mal vor kurzem die 100 Abonnenten, aber die sind leider zwar in 2D-Abos. Ist das mal doof, Leute? Oder was sagt ihr dazu? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Das wäre richtig nett, wenn ihr das machen würdet. Und zwar, wir zocken hier wieder. So fahren wieder ein paar Levels und so. Weil, ich hab ja schon sonst immer Off-Screen gezockt. Und gegessen. Welches Tech-Shop-Hack ich gerade verwendet, das ist das. Mein Such-Tech-Shop-Hack. Und so. Ich spiel auch noch auf Mainzucht und so, obwohl ich da mal früher Masterrang hatte, aber das auch richtig doof. Ich war auch so kuat. So. Das war gerade mein Internet-Absturz. Andere Leute, die sagen, hey, bis soll ich noch umgezogen sind, so alles fake, hey, hey. Das ist kein Fake. Ich hab wirklich ein bisschen chillen kann und so. Hier muss noch ein bisschen was auf Schaumstoffplatten bald, Leute. Ist, scheiße, ich sterb gleich. Und so. Zwei Goldapfel gegessen. Ich bin ja auch auf Level 102, nur zur Info. Und man sieht, wie viel Kontostand ich habe. Darf ich mal mal Slash-Ball. Oh mein Gott, ich bin aber mal richtig weit, Leute. Könnt auch schräg mal auf den Warux-Craft spielen. Vielleicht sehen wir uns da ja mal und so. Wär richtig nice von euch. Und andere fragen immer, hey, wie schneide ich meine Videos und so. Das mach ich auch mal in einem Tutorial dazu. Wie man die Videos schneidet. Man kann nicht schneiden, dass... Ähm, mit was? Weiß nicht. Egal. So, ich schneide das mit Shotcut. Andere sagen Drecksprogramm und so. Geschmackssache, Leute. Das ist wirklich Geschmackssache. Geschmackssache. Ich hab 43 Stunden Spielzeit. Das sieht man hier. Kann man hier auch sehen, Leute. Und zwar... Ich hab ja auch 5 Videos. Warux-Craft gab's nur noch den Reaper-Rang. Ist ja leider weg. Ist ein bisschen doof, ich hätte mir den gekauft, gerne. Aber dafür würde ich bei Prime Plus kriegen. Die Tümmler-Army schafft das, den Prime Plus zu bekommen. Liebe Leute. Hier sind hier wieder Level-Farm und so. Und ich quatsch ein bisschen mit euch. Ich nehm grad seit... 3 Minuten und 59 Sekunden auf. Das seh ich da unten. Irgendwie ist die Facecam komisch. Moment mal, Leute. Ich kann sie ja auch zoomen. So. Jetzt ist es ganz normal. Wenn ihr komplett neu... Und hier oben sieht man 98 Millionen. Und ich mach mal das ganz kurz raus. Da sieht man die 8 Millionen hinten. Ich mach die noch ein bisschen kleiner. So. Das mit dem Farben, das hab ich so gemacht. Weil ich das so mag, wenn das so blau nicht so blau ist. Da war okay geschrieben. So, jetzt ist die Webcam auch ein bisschen kleiner. Aber ich wollte nicht mal so mit Webcam machen, aber ich mach's jetzt trotzdem nochmal. Und andere sagen, mein Kopf sieht aus wie Destroys Client. Ich mag ihn nicht so. Aber... Sieh nicht aus wie Destroys Client. So. Ich hör mich jetzt auch ein bisschen anders an, weil es grad 10.50 Uhr ist bei mir. Das Video kommt jetzt für 4-5 Stunden raus. Dafür muss ich... Heute ist ja der 1. Mai. Alles Gute an euch da draußen, Leute. Ich mag den 1. Mai. Und mögt ihr auch den 1. Mai? So. Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr den mögt. Ich hab ja in der Kontrolle die Tür offen. Weil's jetzt sonst zu warm ist. Muss auch mal sein. So. Das Video soll ja nicht allzu ganz lange sein. Die Server-IP steht in der Videobeschreibung. Immer durchlesen. Da steht auch mein eigener TS drin. Den ich nur noch für 50 Tage oder 60 Tage habe. Aber ich verlängere ihn immer. Und diesen Sonntag hab ich... Das ist was Besonderes, Leute. Das ist ein bisschen... Und zwar da ist meine Konfirmation. Und dann am 6.5. Hab ich ja schulfrei. Da kommt leider kein Video, weil ich da Gäste habe. Am 5.5. Hab ich genauso Gäste. Ich krieg dann... Ich hab... Es kommen ja über 50 Leute. Über 60 so. Zucker. Und auf jeden Fall will ich mir auf jeden Fall ein iPhone kaufen. Den Montag, wenn ich schulfrei habe. Ich weiß nicht, wenn ich mich für ein iPhone holen möchte. Vielleicht das iPhone 7 oder das iPhone 6. Eins von den beiden iPhone 7 wäre ja heutzutage auch noch gut. Oder was? Sagt ihr dazu, Leute? Ich bin auch so der iPhone-Typ. Ich hab aber kein iPhone, leider. Ich hab leider nur das Sony Xperia XR. Und so. Z-Home-Home-GS-Home. Kommt mal unbedingt auf mein GS. Hier sind viele Geschweine. Die könnt ihr töten und so. Ich hab ja auch Walden. Das ist das schön. Da hab ich. Hab ich ja auch gezeigt. Wie viel FPS hab ich gerade. Ich hab gerade ein 276. Das liegt wegen dem Techshop-Hack. Und. Aber wenn ich einen Shader reinmache, dann sehe ich gar nichts, Leute. Ich hab das lieber genau unterschätzt. Ich hab das lieber genau unterschätzt. FÜH! Ich hab das lieber genau unterschätzt. FÜH! Jetzt hab ich nur konno. So wie ich FPS. Ist ja auch nichts Schlimmes und so. Und andere sagen, höh, die haben 3000. Ist mir egal. Hauptsache es lag nicht. Es lag hier nirgends. Das liegt nur an dem Techshop-Pack. Ich hab ja auch viel Speicher. Ich hab jetzt erst mal mein PC wieder aufgeräumt. So richtig. Damit ich wieder Speicher habe. Ich komm mal. 41,4 GB hab ich gerade noch übrig. Ich räume immer regelmäßig den PC auf. Also, die Festplatte meinte ich. Weil ich nicht gerne so viele Daten drauf habe. Oder was meint ihr dazu, Leute? Und ich hab hier auch wieder ein paar Musik runtergeladen und so. Ich hab jetzt über 50 Lieder. Und guck meine Playlist. Das sind meine Hintergrundmusik. Also gibt ihr einen Tümmlerkund 45. Dann drückt ihr auf meinen Kanal. Dann drückt ihr auf Playlist. Und dann seht ihr Hintergrundmusik. Und das ist alles die Musik, die ich nehme. Ich nehme manchmal andere und so. Die wird noch bald da hinzugefügt, liebe Leute. Ich will ja auch nicht so groß, dass meine Playlist zu lang ist. Sondern da soll nur höchstens 15, 16 Lieder sein. Obwohl ich nur mit 5, 6 Nehmen am Videos. Komm, ich hab einen Schnitzel gegessen. Ich esse jetzt mal einen Goldapfel. 2,84 Millionen. Hab ich gerade gefarmt. Ich guck mal, wieviel. 2,3. Ach, drauf. Ja. Wollt ihr mal, dass ich mal den Leuten, die neu sind, auf Geldpaye? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt würde ich irgendwann auch mal so ein Video machen. Wo ich den mal 100.000 pay oder 10k. Weil ich hab hier so übertrieben viel Geld. Und möchte das irgendwann los sein. Spaß aber. Ich hab hier so. Guck mal, wie zum Beispiel der Kawak. Guck mal, Kawak. Hat so viel Geld. Dem würde ich ja nix payen, weil ich mach das nur weil Leute, die nicht so viel haben, Leute. Das ist auch richtig so. Weil ich gerne so ein netter Bench bin. Wenn ich gerne so ein Video mache, würde ich gerne so ein Video machen. And I don't ever want to leave I'm in a tropic club I remember the ocean moon Memories die out too hard But we were traveling And I'm telling you What's the